Also, ich war immer geächtet worden, von allen Seiten. Und so richtig stark auch fertig gemacht worden. Also Mobbing kann man sagen? Ja, auf jeden Fall. Selbst Mobbing erfahren? Ja, ganz schlimm. Die Gewalt war der einzige Weg für mich, meine Anerkennung zu holen. Ist dir klar, dass du Glück hattest in dieser Zeit? Ja, hab ich, ich hab Glück gehabt. Weil, wenn ich kein Glück gehabt hätte, wär ich jetzt im Knast. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Paulus. Und das hier ist mein YouTube-Channel. Das ist aber nicht mein Studio, das ist das Studio von André Riegel. Das ist dein Studio. Danke. CEO und alles meins von Million Sounds. Alles meins. Alles teils. Genau. Ja, kannst du stolz auf sein. Damit steige ich schon mal ein. Der eine oder andere, könnt ihr ihn schon kennen. Wir haben zusammen bei Aufbruch gedreht. Du warst der großzügige Mann, der Baran sein Praktikum hier machen hat lassen. Genau. Also einen jungen Mann, der unbedingt Musik, was mit Musik machen wollte, der durfte hier sein Praktikum machen. So haben wir uns kennengelernt. Ich hab damals ein bisschen was von deiner Geschichte erfahren und dachte mir, okay, komm, das möchte ich teilen. Weil das ist ja genau das, was ich immer sage. Ich möchte eigentlich Erwachsene zeigen, die coole Leute sind, die weit gekommen sind und die keine Arschlöcher sind. Das ist eine gute Kombi. Ja, das ist eine gute Kombi. Da passt du ganz gut rein. Und wenn derjenige dann noch ein bisschen was vorher erlebt hat, ist es mir noch lieber. Wie bist du aufgewachsen? Ja, also ich bin sehr gut aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie mit höchstem Liebesrang. Also das ist immer mit Harmonie und Liebe. So bin ich groß geworden. Also ich bin nicht schlecht groß geworden, sondern auch in einer sehr behüteten Gegend am Stadtrand von Hamburg am Anfang. Dann sind wir irgendwann umgezogen, waren ein bisschen kritisch, sind fast obdachlos geworden. Okay. Ja, es war sehr hart. Wir sind aus einem Haus rausgeflogen und so. Erinnerst du dich noch dran, wie sich das angefühlt hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ein Haus damals gemietet und mein Vater hatte dann auch damals gut verdient halt. Bloß er hat leider nicht dann die Haushälfte gekauft, sondern andere Sachen gut gelebt halt mit Familie. Und ja, dann plötzlich wurde das Haus von Eigentümern verkauft und wir sollten innerhalb von ein, zwei Monaten raushauen. Wir hatten nichts. Und wir sind fast auf der Straße gelandet. Und das war wirklich sehr drastisch. Das war mein Bruder, mein großer Bruder, ich, meine Mutter und mein Vater halt. Aber wir haben es dann Gott sei Dank noch geschafft, dann im Bergedorf etwas zu mieten. Und ja, so ist dann natürlich klar ein kleiner Bruch entstanden, so von meiner Kindheit, aber nicht seitens meiner Familie, sondern einfach der Erfahrung. Dass, wie schnell das gehen kann, dass man plötzlich vielleicht auf der Straße landet. Und auch andere Lebensstil, Haus und dann zur Wohnung oder wie? Nee, dann war es wieder ein Haus, tatsächlich. Also Villa. Ah, Villa gleich, so ja. Du kommst ja, du bist doch, also du bist ja kein klassischer Deutscher, du hast so, wie setzt sich denn das zusammen? Was ist denn das? Das ist ein sehr heftiger Cocktail auf jeden Fall. Ja? Also, ich bin halb Deutscher, Pole, Russe, Mongole. Pole, Russe, Mongole. Genau, ich erkläre dir jetzt mal, wie das zustande kommt. Also meine Großeltern, also wir fangen einfach so an, in Sibirien, mein Opa ist aus Sibirien mit seiner Familie damals geflüchtet. Die wurden verfolgt. Und dann hat er in Polen meine Oma kennengelernt. Haben sie verstanden, sind zusammengekommen, wie das damals so dann war. Dann sind die erst mal nach Brasilien gegangen. Okay. Ja, haben da erst mal eine Zeit lang gelebt und dann sind sie nach Deutschland emigriert und mein Vater ist auf einem Schiff Richtung Deutschland geboren. Okay, krass, dein Vater ist auf einem Schiff geboren. Ja, ja. Ja, okay. Dein Vater ist ein cooler Dude, ich habe Fotos gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und von ihm hast du auch die Liebe zur Musik. Genau, mein Vater war selber Musiker, hat mit den Beatles in den 60er Jahren damals in Hamburg gejammt, wo die gerade am Aufstieg waren, Star-Club in Hamburg. Ja, 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 das ist eine bekannte Zeitung. Da hat mein Vater mit denen gejammt. Okay, krass. Ja, krass. Und meine Mutter hat dann auch Musik irgendwann gemacht, haben die zusammen gemacht. Daher kommt das mit der Musik zustande. Dann könnte man noch meinen, dass bei dir alles gerade läuft. Das klingt ja jetzt eigentlich Liebe war da, Familie war intakt. Genau. Kohle war so viel da, dass man leben konnte. Genau, das war damals kein Problem. Wieso reden wir beide dann miteinander? Ja, weil ich hatte eine sehr schwierige Schulzeit. Okay. Und ich war immer anders als andere. Ich war größer, ich war der Größte in der Klasse. Ich war breiter gebaut als andere. Ich habe mich anders verhalten. Und dadurch wurde ich von sehr vielen immer ausgegrenzt. Also ich war immer geächtet worden, von allen Seiten. Okay. Und so richtig stark auch fertig gemacht worden. Also Mobbing kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Selbst Mobbing erfahren. Ja, ganz schlimm. Okay. Auch mit Gewalt. Okay. Also damals war ich halt, ich habe das über mich, wie heißt das? Ergehen lassen. Ergehen lassen. Genau. Und irgendwann kam der Punkt. Kannst du, wie lange ging das so ungefähr? Sieben Jahre, sechs Jahre. Also doch schon sehr, sehr lange. Wie war das für dich, wenn du dann in der Früh wolltest du nicht in die Schule? Nein, nein, aber meine Familie hat immer geholfen halt. Immer zur Schule gegangen und immer alles mit den Schulleitern und sowas hat nichts gebracht. Nicht wegen meiner Familie, sondern weil diese Lehrer einfach nicht eingeriffen sind. Und das hat mich halt sehr geprägt. Aus diesem Grunde, dass ich das erlebt habe und auch diese körperliche Gewalt sowie seelische Gewalt, bin ich zum Straftäter geworden. Krass, ja, das ist ja eigentlich fast schon klassisch, wenn jemand oft geschlagen wird, dass er selbst irgendwann schlägt. Ich wurde sehr gewalttätig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hattest das Glück, dass zu Hause intakt war. Richtig. Ich arbeite ja heute in Schulen und habe auch viel mit Leuten zu tun, bei denen Mobbing ein Thema ist. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn dann zu Hause auch noch niemand ist? Dann ist es totaler Absturz. Also wenn da keiner zu Hause ist, wenn ich jetzt nicht meine Familie gehabt hätte, wäre ich entweder jetzt schon tot oder ich wäre lebenslang in Haft. Also es wäre so, 100 Prozent. Ich wollte das nochmal hören, wie wichtig das auch ist, genau. Okay, und jetzt kam dann der Moment, wo du das erste Mal gesagt hast, Alter, ich lasse es jetzt nicht mehr über mich ergehen. Jetzt reicht es. Genau, ich bin damals, ja, ich bin, also es war so, ich bin damals vom Gymnasium geflogen. Guck mal, auch so meine Schulbildung war super, aber ich bin leider abgerutscht halt. Ich bin vom Gymnasium geflogen in Bergedorf damals. Bergedorf ist ja auch ein berüchtigter Ort in Hamburg, so kennt man in den Medien. Dann bin ich damals vom Gymnasium geflogen, kam dann auf eine Gesamtschule. Wie verhext, es fing da weiter an, als wenn diese Leute die Leute kennen. Ich war wie jeder andere, ich habe Fußball gespielt, ich habe Kampfsport gemacht. Mein Vater hat mir Krav Maga als Kind schon beigebracht, weil er Krav Maga komplett drauf hat. Ich habe auch gesehen, als ich Kind war, wie mein Vater Leute damit fertig gemacht hat mit Krav Maga, also wenn er angegriffen wurde. Das heißt, dieser Background von der Familie, stark, hart sein, habe ich alles gehabt. Das ist sowieso, sibirisches Blut drin, normalerweise haben wir... Ja, ja, in der Mongolei, hier mein mongolischer Zopf. Wie wurde das dir gesagt? Wurde dir gesagt, werde ich, oder was hat dein Vater gesagt, als du gesagt hast, ey, in der Schule werde ich geärgert? Also, grundgelegend hätte er natürlich, am liebsten wäre er hingegangen und er hätte alle zu sauer gemacht. Bloß, mein Vater ist ein intelligenter Mensch. Und zu einem gewissen Zeitpunkt wäre das nicht so gut gewesen, sage ich mal. Das heißt, er war natürlich da und wenn was wäre, ich weiß, sogar heute noch, wenn etwas ist, ich kann meinen Vater anrufen und er würde kämpfen. Und er hat mir gesagt, ich soll mich wehren und deswegen hat er mir so Nahkampf beigebracht, Krav Maga. Und das habe ich aber in der Zeit tatsächlich nicht geschafft, weil die Unterdrückung der Seele hat mich gehindert. Das heißt also, ich bin körperlich überlegen, ich haue einmal zu und da wächst nichts, aber zu der Zeit war ich zu sehr unterdrückt worden. Seelisch, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Von den Leuten, das war nicht einer, das waren 100, 200 Leute, die ganze Schule. Ja, ja, klar. Das ist Mobbing, das macht Mobbing, dass man selber wie eine Maus wird. Genau. Und deswegen, obwohl ich das locker machen konnte, da wurde noch von mir damals Geld erpresst und sowas. Und das ging auch richtig zur Sache damals halt. Aber, genau, ich habe das zu der Zeit nicht geschafft. Als ich dann aber auf die Gesamtschule kam und das weiterging, wurde ich gewalttätig, schon da langsam. Das heißt, ich habe im Unterricht angefangen, jemand einfach ein Ding zu hauen, der mich da tätig oder verbal angegriffen hat oder eine Backpfeife auf dem Hinterkopf sofort. Und dann habe ich langsam angefangen, diese Brutalität auszuleben und habe dann auch da Spaß dran gefunden. Mhm. Also ist es schon so, erinnerst du dich noch den Unterschied in der Wahrnehmung so, erst am einen Tag bist du noch der, der gemobbt wird und am nächsten Tag hat man Angst so ein bisschen vor dir, oder? Genau. Es hat sich einfach gedreht so. Durch jede Straftat oder Gewalttat, die ich verübt habe, wurde immer mehr Respekt auf der Straße natürlich gezeigt so. Natürlich ist es der falsche Respekt, das weiß ich heute auch. Es ist, glaube ich, nicht mal Respekt, es ist Angst. Oder Angst, das ist die Angst, die dann mitspielt. Es gibt immer krassere Leute. Ich war ja nicht der Krasseste. Aber es gibt genug Leute, die dann diese Angst hatten, die mir dann natürlich Selbstbestätigung gegeben hat. Wenn ihr mich schon nicht mögt, dann fürchtet mich. Genau. Und so fing das an mit meiner Karriere damals, wo ich abgerutscht bin. Als ich 18 war, habe ich dann meine Realschule fertig gehabt. Dann hätte ich Abitur machen können, habe es aber nicht gemacht. Ich war sogar angemeldet. Meine Eltern haben sich dafür eingesetzt, dass ich unbedingt noch das machen kann, wenn ich will. Weil die sind zur Schule gegangen. Mein Durchschnitt war nicht gut. Die haben sich eingesetzt. Aber ich habe einfach es nicht mehr gemacht. Da habe ich eine Grafikausbildung angefangen, auch abgebrochen. Und dann ging es los. Dann bin ich zu meiner alten Schule zum Gymnasium gegangen. Mit einem alten Kumpel damals. Ich muss dazu sagen, ich fing dann ab 18 an, so ein Bergedorfer Bahnhofsviertel rumzuhängen. Das war auch ein sehr, sehr krummes Ding damals. Also ganz viele Schwerverbrecher und ganz viele krasse Leute habe ich da kennengelernt. Und dann war ich irgendwann mit sehr vielen Romas, also mit den Roma-Gypsies. Mit dem bin ich eigentlich groß geworden, mit den Zigeunern. Und komischerweise heute ist meine Frau auch eine Gypsy. Siehst du? Das ist krass, ne? Bist du akzeptiert? Wie bitte? Bist du akzeptiert in der Familie? Nein. Da haben wir gebrochen. Auf jeden Fall muss ich jetzt dazu sagen, dass der Moment war, ich kann mich noch erinnern, ich bin zum Gymnasium gefahren morgens mit einem alten Kumpel. Einer meiner ersten Freunde, weil ich hatte auch keine Freunde. Ist ja klar. Ich war ganz alleine. Ich hatte keine Freunde und musste jeden Tag mich zwingen, in die Schule zu gehen. Und diese Blicke sind schlimmer als Schläge. Und diese Worte. Wenn die Leute dich fertig machen und auch von allen Seiten. Dann lieber lass dir eine einfangen, dann hast du kurz Schmerzen. Aber der seelische Schmerz, der ist ja heute noch da. Der geht auch nicht raus. Und dann habe ich einen gesehen, der mich immer so fertig gemacht hat. Aber er wollte gerade reden und was mache ich? Ich haue gleich die Antwort. Das erste Mal vor Gericht gewesen. So fing es an. Okay, du bist in die Schule gefahren und hast einen von deinen alten Peinigern verprügelt. Ja, genau. Aber richtig. Ich habe so eine richtige Latte gezogen. Ja, und dann war ich auf einmal das erste Mal vom Richter. Dann konnten wir uns noch mit einem Ausgleich damals... Aber hast du erklärt, wie viel Schmerz du... Ja, aber leider hat sich das keinen interessiert. Außer meine Familie. Da muss man auch ganz kurz sagen, das Gericht wird sowas dann vielleicht werten. Aber ich kann euch gleich sagen, die Antwort ist dann immer, Selbstjustiz ist keine Lösung. Dafür gibt es den Rechtsstaat. Aber was hättest du denn machen sollen? Die quälen meine Seele. So, okay, das ist keine Straftaten. Wir haben das Problem, dass Mobbing sich aus diesen einzelnen Straftaten zusammenzieht. Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung. Aber nicht dieser ganze Komplex, dass man denen benennen würde. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee in Zukunft, wie man mit sowas umgeht. Das wird ja immer schlimmer. Zu deiner Zeit gab es ja Social Media jetzt noch nicht so. Das ist nämlich noch das Nächste. Ich sehe gerade schon, ich werde versuchen, dich mal zu engagieren in einer Anti-Mobbing-Kampagne oder so. Stell dir vor, die Kids, manche haben dann kein Zuhause, manche haben... Und jetzt gibt es noch dieses Social-Media-Gehate. Du machst dein Handy an und da machen sie dann genauso weiter, wie sie es in der Schule machen. Ganz genau. Wie hat es sich angefühlt, obwohl du ja eigentlich gerecht zugeschlagen hast? Könnte man sagen, wenn es das überhaupt gibt. Wie hat es sich angefühlt, dass der Staat dich... Also das nicht, dass der Staat mich fein gelassen hat, scheiße. Aber dass ich das getan habe, das war gut. Das hat sich gut für dich angefühlt in dem Moment, okay. Und wie ging es weiter? Ja, dann fing es an, dass ich halt... Ja, wie gesagt, ab 18 ging es los, der Alkoholkonsum fing an. Ich hatte sehr viel... Jetzt will es nicht zu plakativ sein, aber der Mann, der hat wirklich gute Gene, um Alkohol zu trinken. Ja, Russenleber, ne? Russe, Pole, ich weiß nicht, die Deutschen sind nicht schlecht dabei. Wie sind die Mongolen? Auch Alkohol. Auch, okay, ja gut, dann mein Gott. Ja, okay, also kam Alkohol. Dann kam auch wirklich tatsächlich Wodka. Also das ist kein Spaß, jetzt nicht nur zur Image-Plakatierung, das ist die Wahrheit. Es kam Wodka. Wodka mit Eistee, typisch russisch-style. Und ja, dann fing das an. Ich habe mit den Gypsys immer gechillt, das wurden meine Freunde. Bis heute habe ich noch meinen bester Freund, Iset, Caferno, kenne auch viele. Der ist auch Roma, mein bester Freund. Und die Freundschaft ist bis heute geblieben halt. Und klar, damals haben wir Scheiße gebaut, heute geht jeder seinen normalen Weg. Und das ging so weiter, dass ich dann viel und auf den Straßen unterwegs war. Viele Straftaten, ich will nicht alle nennen oder kann nicht alle nennen. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele unangenehme Straftaten. Bisschen was, wir wollen ja, also wir wollen auf keinen Fall, dass du irgendwie was erzählst, was jetzt keiner weiß. Aber vielleicht so ein bisschen, wie kann ich es mir vorstellen? Also warst du eher der, der jetzt Drogen gedealt hat? Nein, das gar nicht. Eher nicht, sondern eher der, der hing ja auch nicht halt. Ja, und noch andere Sachen, ja. Was denn? Okay, also so richtig will er nicht drüber reden. Aber gewalttätig, ja, also Gewalttaten und auch Gewalttaten, Gewalttaten mit Überfall, ja. So was, ja. Aber noch andere Sachen, die kann ich nicht sagen. Aber wenn du mir jetzt so ein klassischer Tag, du gehst raus, sagen wir mal Wochenende. Du trinkst? Genau, mit meinen Jungs, wir haben getrunken. Trinkst du mit den Jungs? Und dann, wir alle sind, schon damals habe ich ja mit Hip-Hop angefangen. Ich mache ja auch Rap, ne, Musik, Andrejovic, mein Künstler. Damals hatte ich andere Pseudonyme, aber heute ist es Andrejovic, so wie mich meine Eltern seit kleinem an nennen. So bin ich zu den Wurzeln verrückt. Ich muss Andrejovic heißen. Das ist in Russisch so ein kleiner Andrej. So auf den. Und ja, so kam es dann, dass ich mit den Jungs gerappt habe. Wir waren auf der Straße, Bahnhof oder auch viele in St. Pauli unterwegs haben da gerappt und getrunken. Und jeder, der schräg kam oder wenn uns was nicht gepasst hat, dann haben wir halt eingegriffen halt. Und dann fliegen Fäuste halt. Und das war damals, damals war das ein geiles Gefühl. Heute denke ich mir, scheiße, was habe ich da gemacht? Das sagen wir jetzt aber auch anzeigen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe guten Ordner voll. Okay. Und viele Sachen, Gerichtsverhandlungen. Ich bin Gott sei Dank immer Haftstrafen ausweichen können, weil ich bei einigen Sachen einfach nicht erwischt worden bin. Und bei denen, denen, wo ich erwischt worden bin, konnte ich gut argumentieren. Und die Richter oder die Staatsanwälte haben gesagt, ja, wir sind uns sicher, sie sind der Täter, aber wir haben keine Beweise. Okay. Also das hat mir meinen Arsch gerettet. Hast du jemals nach einer Schlägerei, nachdem du jemanden verletzt hast, das Gefühl, also hast du dich jemals daran erinnert, wie es war, geschlagen zu werden? In dem Moment gar nicht. Okay. Ich habe daran gar nicht gedacht. Ich habe einfach die Macht ausgeübt. Auf einmal so da drüber stehen. Nicht mehr da unten, sondern genau andersrum. Jetzt bin ich der, der sich das nicht gefallen lässt. Ich hatte auch ganz schlimme Schlägereien, wo ich jemanden so hochgenommen habe, weil ich sehr stark bin und vor das Auto geworfen und sowas. St. Pauli war das zum Beispiel. Ich habe jemanden, fast die ganze... Ilia Pascha, vielleicht kennt ihr jemanden, den auch noch von früher, den Rapper. Ist ein bekannter Rapper. Aber da habe ich jemanden genommen und wollte irgendwie die Treppen runterschmeißen. Ich weiß nicht mehr genau. Und er hat gesagt, lass das. Und so haben wir uns kennengelernt und wurden auch dann Kumpels. Der hat mir sozusagen auch da geholfen, dass ich nicht noch schlimmer werde an diesem Abend. Und ich kann nur sagen, die Gewalt war der einzige Weg für mich, meine Anerkennung zu holen. Das war auch für mich die einzige Stärkung. Ich muss dazu sagen, ich habe das meinen Eltern... Natürlich, wir haben eine Beziehung, wo wir über alles reden. Die wissen das alles. Die haben natürlich gesagt, das ist nicht gut. Aber mein Vater hat auch ein wildes Leben früher gehabt. Er wurde nicht gemobbt, sondern er hat ein ganz anderes Leben. Er war ein sehr gefährlicher. Und er ist dann auch irgendwann ruhiger geworden. Und deswegen hat er natürlich irgendwie verstehen können, okay, du musst dir jetzt den Respekt zu holen, aber mach das nicht. Ich meine, dein Vater ist auf dem Schiff geboren worden. Das muss ein wilder Typ sein. Er erinnert mich auch. Ich habe viele russische Freunde. Und ich war auch oft in... Sankt Peterfock? Nein, aber in Gefängniszellen gesessen, wo jemand mit einer Gitarre uns ein schönes russisches Lied gesungen hat. Geil. Und das hat mich irgendwie an deinen Dad erinnert. Ja, ja, ja. Also wirklich, ja. Ja. Aber ich glaube, viele Leute, die es jetzt hier so sehen, können nachempfinden. So, hey, wir haben einen Jungen, der sieben Jahre lang geknechtet wurde, Schmerzen hatte. Und der dann jetzt in die andere Richtung eskaliert. Das ist ja klassisch. Das ist klassisch. Vom Opfer zum Täter. Vom Opfer zum Täter. Deswegen sage ich übrigens auch immer, Täterarbeit ist Opferarbeit. Weil die meisten der Täter, gerade die Intensivtäter, die Jugendlichen, die wir haben, sind selbst Opfer gewesen. In irgendeiner Form. Wo kam dann ein Prozess? Ich meine, du hast gesagt, es fühlt sich gut an. Gewalt fühlt sich gut an. Das kenne ich selber. Gewalt dreht alles andere leiser. Selbstzweifel gehen weg. Man fühlt sich stärker. Man fühlt sich stärker. Man hat ja vielleicht auch sonst noch nichts. Ja. Was hast du denn sonst schon erreicht? Ich war gar nicht. Ich habe Schule abgebrochen, wie gesagt. Ich habe keine Jobs gehabt. Wenn, dann hatte ich so Übergangsjobs. Aber dann habe ich mir halt mein Geld mal anders verdient, sage ich mal. Früher. Und ich habe nichts, also außer, dass ich meine Musik damals gemacht habe und meine Familie mich da auch immer unterstützt hat. Im Keller damals bei meinen Eltern im Rheinhaus haben die ein Studio eingerichtet, so was möglich war. Dafür hat mein Vater und meine Mutter geblutet, dass sie das ermöglichen konnten. Weil das Geld war nicht da. Aber die Zeiten, wo in der Kindheit viel Geld da war, die waren immer weniger mit der Zeit, weil das Geld dann einfach irgendwann leer war. Und das heißt, dann kam die Realität. Geld muss man hart verdienen erst mal. Und da haben sie mich unterstützt. Und das war das Einzige, dass ich Musik gemacht habe. Damals sind dann auch in Bergedorf durch einen Autounfall zwei Kumpels gestorben, Babak und Kai. Da fing das an, dass wir dann eine CD gepresst haben. Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Und da fing das an, dass wir eine CD gepresst haben. Und so, da hat mein Vater mit mir ein Label angemeldet, damit wir das mit drucken konnten. Also richtig, ne? Ein richtiges Label. So Dirty Cash Records damals. Also, und jetzt? Vater, ich brauche ein Label. Ja. Stützi? 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 Ja, genau, genau. Label. Was willst du? Ja, Label. Warum? Warum? Ja, weil ich war so, okay. Und dann, das heißt aber Dirty Cash. Dirty Cash Records. Dirty Cash Records. In Hamburg kennt das jeder. Ja, aber sein Dad war sicher erst mal, oh, guter Name. Wo ist es Dirty Cash Records heißt? Er hat sich immer schwergetan am Anfang mit dieser Hip-Hop-Kultur. Ja. Aber er hat es irgendwann verstanden und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Okay, geil, Hammer. Und dann haben wir es gemacht, haben wir diese CD gepresst, aber wir haben Kai damals als Andenken einen Song gemacht und so fing eigentlich alles an. Dann fing ich an, eigene Songs zu produzieren. Kann es sein, dass du für die CD das erste Mal oder halt ein gutes Feedback bekommen hast für so ein Produkt, für sowas? Ja, auf jeden Fall. Positives. Positive Bestärkung. Genau, genau. Hey, das, was du da gemacht hast, das ist eine geile Idee. Ja, auf jeden Fall. Anstatt jemandem in einen Small Song zu hauen. Genau, oder zu überfallen oder irgendetwas, richtig. Okay, aber dafür gab es eigentlich kein Geld. Nee. Sondern das war tatsächlich ein ganz anderes Gefühl, oder? Genau, genau. Aber dieses Gefühl, wenn man das eigentlich mehr aufgebaut hätte, dann hätte ich viel schneller den Absprung geschafft. Wer? Wer hätte das machen können? Also meine Eltern haben immer versucht, und natürlich, die haben immer zu mir gestanden, sogar im Gerichtssaal waren mein Vater oder meine Mutter dabei, obwohl ich angeklagt bin. Die sind immer mitgekommen. Dieser Familienhalt ist bei uns so richtig. Also die nicht. Also wer hätte das tun können? Ich selber. Ich selber. Du selber? Ich selber. Weil es liegt ja in mir. Was liegt in mir? Es ist nur in mir. Ich hätte auch, auch wenn ich so eine Schulzeit hinter mir habe, hätte ich nicht diesen Weg gehen müssen. Aber ich bin dieser Typ, der das machen musste. So vom Charakter. Ich musste das machen, damit ich weiterkomme. Und heute sitze ich deswegen hier. Nur deswegen. Jetzt kam dann sozusagen die positive Bestärkung über das, ein Kunstprojekt. Ja, genau. Eigentlich Kunst zu machen. Genau. Eine Idee greifbar zu machen. Und heute sitzen wir hier. Ja. Ja, heute sind wir das. Ja. Wie ging es weiter so? Ja, dann war es auf jeden Fall erstmal eine positive Bestärkung. Aber leider war der Alkohol und der Rausch nach Scheiße machen, nach Gewalt, nach Überfällen, nach Macht immer zu groß noch. Ich meine, ich war zu der Zeit 19. Da muss man dazu sagen. Und dann vier Monate nachdem die zwei Kumpels, Baba Gunkai, im Autofall tödlich verunglückt sind, leider. Vier Monate später habe ich einen versuchten Tötungsdelikt auf St. Pauli überlebt. Okay. Wow, was ist da passiert? Da war ich auch wieder erstmal mit den Jungs trinken. Damals ein alter, guter Freund. Damals waren wir unterwegs. Und ja, dann sind wir dann zum Heiligen Geisfeld, vielleicht sagt ihr das was, gegangen. Und da war der Dom, ja. Also diese Kermis, ne. Der war aber schon zu. Und ich und er, wir, ähm. Was ist denn da, wenn nicht der Dom ist? Da ist gar nichts. Oh, das ist gar nichts. Nur Parkplatz. Ah, okay, okay. So auf den, ne. Und wir hatten auch leider wieder böse Pläne, ich und er damals. Und es ist dann zu solchen Straftaten nicht ganz gekommen. Aber eigentlich jemanden abziehen zum Beispiel. Zum Beispiel, sowas halt, ne. So Scheiß bauen. Naja, dann sind wir übers Domgelände gegangen. Und dann war da so ein Mädchen aus Bergedorf. Ich konnte mich damals an sie, glaube ich, nicht erinnern. Aber sie meinte so, ey André, ich brauche deine Hilfe und sowas. Und ich damals wild und so. Ja, was ist los und so, ne. Sie wurde irgendwie belästigt von mehreren Männern. Und ich hab dann so, ich war ja auch angetrunken, ja, verpisst euch wahrscheinlich. Und ja, dadurch ist es dann verbal zur Eskalation gekommen. Aber dann ging das von einem Moment auf den anderen. Auf einmal kamen von allen Seiten Leute aus Ecken und Autos angefahren mit Eisenstamm. Okay. Und dann war ich umzingelt. Mein Kollege ist weggelaufen, hat es geschafft zur Flucht, hat dann der Polizei, hat die Polizei angerufen. Und, ähm, aber ich bin da nicht sauer. Ich sag auch warum. Das war, es ist eigentlich ein tödlicher Ausgang, was da passiert ist. Ich hatte nur Schutzengel. Mhm. Wenn du gleich weißt, was mir passiert ist, dann weißt du das. Das überlebt man nicht. Und dass er weggelaufen ist, er war nicht so breit. So, er wäre wahrscheinlich... Nein, aber vielleicht zu zweit. Man rennt halt. Man kriegt ja auch erstmal vielleicht nicht mit, dass der andere noch... Ja, genau. Und deswegen, also ich hab das, ich bin da nicht sauer drüber, ne. Ähm, es ist nun mal so, ne. Ich meine, man hat ja auch Angst um sein eigenes Leben. Na, und auf jeden Fall haben die mich umsingelt alle. Und das waren so, das war so gemischt. Das waren viele rechte Leute, aber auch irgendwelche, ähm, andere Leute, auch Ausländer, gemischt. Also, passt gar nicht. Aber mehr rechts, würde ich sagen. Die haben auch, die haben auch, damals hab ich Glatze getragen, noch typisch russisch-Style. Haben gleich immer gebläht und sowas. Jetzt hast du was, was hast du davon oder sowas. Haben dich da beleidigt. Und die haben mich halt mit Eisenstangen, äh, mit 25 bis 30 Personen, Personen steht auch, war auch in der, äh, Dokumentation der Politik. In der Polizei haben die mich halt komplett misshandelt. So, also, die haben sich auf meine Arme gestellt, auf meinen Hinterschädel. Hier hab ich auch Beulen, wenn man das noch sehen kann, überall. Ähm, und, ähm, haben mir mein ganzes Vordergesicht, ich hab auch ein Bild, kann ich dir gerne zeigen, wenn du willst. Also, ganz schlimm, komplett vorne war alles zerdrescht. Die Nase war hier so raus und hier so hoch. So, ne, Jochtbein gebrochen, Arm zerschmettert. Hier, äh, ganze Seite voller Verletzungen. So, also, normalerweise überlebt man das nicht so. Ne, das war wirklich einfach nur ein Schutzengel. Neun Monate krankgeschrieben. Und genau auf dem Domplatz. Ja, ja. Krass. Und keine, da waren auch Leute, die haben aber nicht eingeschaltet, ne. Und die Polizei hat 10, 15 Minuten gebraucht, obwohl daneben die Polizei war. Da laufe ich in der Zeit laufen, können sie laufen. Ja, haben sie, ne, und ich hab da um mein Leben gekämpft. Dann hab ich geschafft aufzustehen wieder. Und die haben wie ein Katze und Maus spiel. Ich seh, da liegt mein MP3-Player, weiß noch, da war die langen Dinger. Ich greif den so, ich war unter Adrenalin, alles war kaputt, aber ich konnte mich bewegen, ne. Ich greif den so, wollte rennen und die hauen mich wieder nieder, wieder mit Eisenstangen. Und das waren so eine fetten Massiveisenstangen. Nicht Totschläger, noch schlimmer. Und alles auf meinen Schädeln. Und ich hab nur vorne Brüche gehabt und hinten, als wenn ich einen Stahlschädel hab, so. Es ist Gott sei Dank nur, so welche... Kannst du einen russisch-mongolischen Schädel nicht einschlagen, geht gar nichts. Man brauchst einen T-35, um drüber zu fahren. Ja, wahrscheinlich. Ne, also, das war wirklich, einfach nur Schutzengel hatte ich, ne. Krass. Ja, mein verstorbener Onkel war sicherlich das, der für mich da war. Meine Oma, dann Baba und Kai, das waren bestimmt viele, die darauf aufgepasst haben. Sodass mir dann zwar schlimm ist, aber nicht das Endgültige passiert. Und ich hatte halt diesen Moment, scheiße, ich sterbe jetzt. Meine arme Familie, genau diesen Gedanken weiß ich noch im Kopf. Und dann hab ich Gott sei Dank überlebt halt, ne. Traubst du da auf Russisch oder auf Deutsch? Was denn? Kam der auf Russisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Interessant. Auf Deutsch. Okay. Und, ähm, ja, so kam das halt, ne. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, ich war dann neun Monate krankgeschrieben, so. Ich hab leider danach mein Leben nicht verändert. Das war noch nicht der Moment. Der Moment war leider noch nicht richtig. Okay. Okay. Ja, kann ich, äh, es ist immer, die Leute wünschen sich immer, dass das der Moment ist, wo man aufhört. Aber man, 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 erst mal musst du dich jetzt wieder bestätigen. Weißt du, was das Schlimme ist? Danach bin ich noch brutaler geworden. Ja, weil jetzt musst du dich erst mal wieder bestätigen. Ja, ich hab Leute, ich konnte gut Kampfsport und in der Luft treten. Das kann ich jetzt nicht mehr so gut, ne, Bandscheibenvorfall und so. Die sind ja, kennst du den? Den in der Luft so? Da hab ich Leute gegen Schädel und die sind rumgefallen in der Luft, so, ne. Und, äh, hab mit, mit, äh, beim Rennen mit fliegender Faust, buch, Leute, wie Dominosteine weghauen. So, ne, und es hat mich noch brutaler gemacht. Obwohl ich vom Krankenhaus, haben die mir sogar Seelensorge gegeben. Ich hab das nicht abverneint. Ich war offen dafür. Die Kirche hat mir da geholfen, so. War ich nicht dagegen, aber es hat mich nicht verändert. Dieser Vorfall hat mich nicht verändert, sondern schlimmer gemacht. Okay. Und wo, wo, wo kam der Moment, wo du gesagt hast, okay, oder wo du gespürt hast, ey, ich muss irgendwas ändern? Als ich 24 war, ist irgendwie, da, ich hab über die ganzen Jahre viel Eikol, viel Party, viel Gewalt, äh, viel Scheiße gebaut. Und, ähm, irgendwie kam dann ein Moment, als wenn sich diese Bilder reflektieren. Mhm. Und auf einmal hab ich wieder mehr auch zu, zu Gott oder Jesus gefunden in dem Moment. Mhm. So, ne. Obwohl ich immer so aufgewachsen bin mit Liebe und mit Jesus Christus und so und dass Gott Liebe ist und nicht böse oder so, ne, wie viele aufgezogen werden, so. Meine Frau zum Beispiel wurde erzogen, dass Gott schlecht ist, so. Böse und strafend, aber das ist nicht so, sondern ich bin mit Liebe aufgewachsen. Halt, ne, und, ähm, da bin ich irgendwie mir wieder näher zu der Verbindung zu Gott gekommen und ich hab mein Leben total, also um 380 Grad verändert. Ich hab Schule nachgeholt, hab studiert, ich hab mehrere Diplome gemacht im Musikbusiness. Es waren, glaube ich, die Anhäufungen, dass ich immer ein schlechtes Gewissen bekomme. Ah, ja, ja, okay. Weißt du, du musst dir voll, ein Fass ist irgendwann voll. Ja. Und egal, wie du dich totstellst und Empathie weglässt, irgendwann platzt es. Das ist wahr. Und dann kommt die Reflexion. Und nicht bei jedem. Das stimmt, aber irgendwann vielleicht ja. Ich glaube, an der Stelle können wir nochmal deinen Eltern ganz dickes Dank aussprechen, weil all die Jahre, mit denen ich jetzt mit Kids arbeite, es ist leichter, für Kids, die geliebt wurden, zurückzukommen. Richtig. Weil man sich erinnert, ja, vielleicht ist es mir schlecht ergangen, aber ich weiß, irgendwo kann es gut sein. Genau, und ich hab ja auch in der ganzen Zeit immer Liebe bekommen. Ja, ja, eben, genau, du hast auch immer Liebe bekommen. Aber ich weiß auch, für alle anderen, ich weiß auch, es ist möglich, wenn ihr nicht geliebt wurdet. Es ist möglich, aber es ist schwieriger. Deswegen vielen Dank an deinen Dad und so, dass du das getan hast. Ja. Ja, und jetzt hast du, aber es war ja nicht leicht, jetzt hast du das alles aufgebaut, das ist kein Rückschläge. Ja, ich hab bei Null angefangen, ich war auch ins Hartz-IV-System abgerutscht, also ich war ganz unten und dann irgendwann, wo ich mich verändert hab, wollte ich dann in der Musikbranche arbeiten, aber ich war zu hoch qualifiziert und dann hat mich jeder Konzern, jedes Label, jedes große immer abgelehnt, nein, du bist so hoch qualifiziert, dann fängt dein Grundgehalt durch. Wegen der Tontechnik, also weil du wolltest nur nicht so viel zahlen. Genau, und ich hab nicht unter meinen Wert arbeiten wollen. Oh ja, auch, richtig? Okay. Und dann hab ich halt wieder erstmal nur hier und da Jobs gemacht und immer nur banale Scheiße. So, ne, dann war ich irgendwann Manager bei einem großen Telekommunikationskonzern über Kontakte reingerutscht, hat auch nicht funktioniert halt, ne, wurde ich dann irgendwann gekündigt, weil ich einen Autounfall auf der Arbeitsstrecke nach Bremen hatte und die kündigen mich dann, weil ich krankgeschrieben habe. So eine Undankbarheit, ne. Ja, aber sollte vielleicht auch nicht sein. Ganz genau, deswegen sitze ich hier, denn dann rutschte ich wieder ins Hartz-IV-Dings. Zeitweise, muss ich dazu sagen, war ich auch in der Sicherheit, Security, ne, auch in verschiedenen Orten, Diskothek seltener, aber mehr so bei Spielotheken und sowas. St. Pauli war ich viel auch, ne, bei Spielotheken und sowas halt, ne, oder beim Vision Song Contest und sowas, ne, hab ich da Sicherheit gemacht. Aber das ist auch nichts auf Dauer so. Ja, aber du hast es gemacht, du hast versucht, überall was zu machen, legale Geld zu verdienen. Genau, ich wollte legal Geld verdienen, hab ich auch geschafft, nur es war halt nicht das, was mich erfüllt hat. Und irgendwann, als ich dann abgerutscht bin wieder, dann kam mir irgendwann tatsächlich, ich kam von Saufabend nach Hause, lieg im Bett morgens um acht und dann wie so ein Blitz von oben. Mach was mit deiner Musik. Mach irgendwas selbstständig. Du hast doch im Tonstudio bei deinen Eltern im Keller, wo du hast so jahrelang schon produziert, du kannst das. Mach es. So, und dann wusste ich nicht wie, aber es hatten sich die Sachen ergeben. Auf einmal eine Tür öffnet sich die andere und jetzt sitze ich vier Jahre hier und hab das bekannteste Tonstudio in Deutschland aufgebaut. Hammer, Mann. Hammer. Ja, und mach wieder meine eigene Musik jetzt auch, weil ich Zeit dafür habe. Ja. Ne, komm jetzt auch im Sommer die erste Single raus. Also Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, müsst ihr einen harten Saufabend machen und dann an die Decke schauen. Und dann kommt die richtige Eingebung. Nee, aber Wahnsinn. Im Delirium. Wirklich. Ja, aber pass auf, das Ding ist ja, dass du wirklich, also wir alle hören diese Dinge. Ja, aber die sind die nicht wahr. Das sind Leute, die sagen, ey, in mir ist eine Stimme, die sagt, ey, mach das und das. Mhm. Und die Leute machen es nicht. Ja, und ich habe es gemacht. Hat deine Frau einen Anteil dran? Was denn? Hat deine Frau einen Anteil dran? Wie ist sie? Meine Frau, die war damals nicht zu der Zeit, ich habe damals eine andere gehabt, eine Freundin. Die hat da auch hintergestanden natürlich. Aber ich muss dazu sagen, meine jetzige Frau auch, die steht auch 100 Prozent hinter, ist immer am Start. Und auch hier, wenn wir Umbauten machen, wie meine Eltern, meine Eltern sind über 70 und helfen immer noch beim Umbau. Ich baue gerade drei neue Studios und wir machen das in der Familie alles selber wieder. Alles Handarbeit selber. Wundervoll, Mann. Ja. Und meine Frau genauso. Sie ist nicht handwerklich, aber sie hilft, wo sie kann. Das ist auch immer ein schönes Zeichen. Umgebt euch auch mit Leuten, die euch helfen wollen bei diesen Projekten und nicht nur die, die den saufenden Schläger mögen. So, hey, warte, ich weiß, was wir hier zu tun haben. Yes. Million Song. Ich danke dir fürs Teilen deiner Geschichte, Mann. Sehr gerne. Und weißt du, als wir damals mit Baran hier waren, ich wusste, dass das die richtige Entscheidung ist, dass der das sehen muss, dass der dich sehen muss, dass der das hier erleben muss. Und ich bin nur noch mehr bestätigt halt. Also das ist ja wohl, ja, das ist sehr inspirierend gewesen. Eine Frage hätte ich noch. Ist dir klar, dass du Glück hattest in dieser Zeit, in der du Leute geschlagen hast und die alle überlebt haben? Ja, habe ich. Ich habe Glück gehabt. Weil wenn ich kein Glück gehabt hätte, wäre ich jetzt im Knast. Ja. Oder ich wäre lebenslänglich vielleicht, weil irgendwas, vielleicht ist irgendein Prozess oder es hätte sich gesammelt, dass ich mein Leben lang im Knast sitze. Weil es geht ja nicht, dass ich jetzt jemanden totgauen hätte, dann bin ich lebenslang. Aber wenn sich was sammelt, kannst du auch lebenslang kriegen. Ja, oder wenn du jemanden gegen den Kopf kickst, dann kann es das einfach gewesen sein. Genau. Und ich habe sehr viel Glück gehabt. Und ja, ich bin auch, also ich sage mal so, diese ganzen Zeiten, die ich scheiße gemacht habe und Schlechtes getan habe, ich war sehr, sehr schlecht. Haben ja sehr viele seelische Probleme im Nachhinein. Das Echo kam dann. Und das wollte ich noch dazu sagen, das hatte ich jetzt gerade vergessen. Durch diese Reflexion über mein Leben und diese seelischen Konflikte, die ich dann hatte und diese psychosomatischen plötzlich Schmerzen. Ich habe irgendwo Schmerzen, obwohl ich nichts gefunden habe. Es kam nur von meinem Kopf. Hass. Das hasst du ja, dich von innen frisst. Genau. Und nicht Vergebung. Weißt du, wirst du nicht immer sagen, das klingt so blöd, weil dann denken alle, ich bin voll der Nerd, aber es ist so dieses, bei Star Wars ist es irgendwie geil. Also die dunkle Seite der Macht. Wenn du der nachgehst, schau, wie die alle aussehen. Der eine braucht eine Maske, der nächste ist so alt. Das frisst dich auf. Genau. Das frisst dich auf, wenn du so bist. Ja. Und bei mir kam ja im Knast, wo ich gesehen habe, Alter, was bin ich? Ja. So weißt du, was bin ich geworden? Ich fühle gar nichts mehr und so. Ja, empathielos. Empathielos. Ich kenne das. Ich habe Leute so, ich hau drauf die ganze Zeit, es war mir scheißegal. Ich kick gegen den Kopf, es war mir scheißegal. Das haben wir mit dir auch gemacht. Ja, genau, aber jetzt denke ich mir so, ja, es hat mich zwar hierher geführt, aber ich frage mich das jetzt rein aus einer spirituellen Sicht oder karmischen Sicht. Wieso musste ich das so machen, dass ich heute hier sitze? Aber es hat einen Grund. Bloß, das muss man erstmal herausfinden. Hast du dich jemals bei jemandem entschuldigt, dem du was getan hast? Ja, schon teilweise, aber einige kann ich nicht, weil ich sie nicht kenne. Nach all der empathielosen Gewalt bist du heute Veganer. Ich bin Veganer, genau. Und meine Frau auch. Ja, sehr gut. Das Thema ist gerade super aufgeladen. Die Leute reagieren oft sogar feinzählig. Ja, ich weiß. Man sagt so, schau mal im Internet, wenn einer postet, da hier diese eine Veganerin, da diese aggressive Veganerin, keine Ahnung wie sie heißt. Ich weiß leider auch nicht. Raphaela halt. Sie postet was und dann die Leute so, wegen dir esse ich jetzt noch mehr Fleisch. Was bist du? Ja, aber wie können wir diesen Leuten holen? Weil ich verstehe, so früher Lisa Simpson war Vegetarier, so ja, aber Veganerin. Aber Bart hat immer Fleisch gegessen. Ja, genau. So, und jetzt sind aber wir beide Bart Simpsons. Ja. Und wir beide sind vegan. So, wie können wir, was können wir den Leuten sagen, die sich so werden? Vielleicht, oder warum glaubst du, werden die Menschen sich so? Manche so, weißt du, warum sind die so? Die denken, ich glaube, ich weiß Anhaltspunkte. Diese Menschen denken, dass Veganer nicht natürlich ist, dass es einem schlechter geht, dass man keine Energie aufbauen kann oder keine Muskeln oder dass es ungesunder ist. Aber im Gegensatz, das stimmt gar nicht. Ich war schwer krank und seitdem ich Veganer bin, sind meine Organe wieder gesund. Du hattest Leberprobleme, oder? Leberprobleme, ich hatte Gallensteine, ich hatte zu große Milz, ich hatte zu hohen Zucker. Alles ist gut, seitdem ich Veganer bin. Selbst Vegetarier hat es nicht geschafft. Er ist Veganer. Und als ich noch gewalttätig war, konntest du mir nicht sagen, dass ich den nicht schlagen darf. Ich hatte sofort so, was, Alter, du bist ein Pussy-Mann, wenn du dir das gefallen hast. Was lässt du dir das gefallen? Genau so habe ich auch geredet. Genau. Aber warum macht man das? Weil man will ja nicht trauen, man will diesen Schritt nicht machen. Und genau so ist es da auch, was ich esse immer Fleisch. Ich habe immer Fleischiges. Weil der Schritt aufzuhören damit heißt, ich habe bis gestern was falsch gemacht. Genau, deine Weltansicht war nicht so, wie sie sein sollte. Wie sie sein sollte. Also es ist für mich ein Fehler gewesen. Und das wusste ich damals schon. Ich war beim Schlachten dabei. Ich habe es dir erzählt. Ich habe gesehen, wie ein Bulle, ein Riesentier, Mann, 700, 800 Kilo, wie er weint. Der Arme. Wie er vor dem Schlachten, er läuft so rein, er schaut so und ich sehe die Tränen laufen diesem Tier runter. Ich habe den nach vorne nie weinen sehen. Also der wusste, was passiert ist. Und danach habe ich gesagt, gib mir Hank Salami. Gib mir die Salami so. Gib mir Fleisch von dem so. Du hast dich immer noch innerlich gewehrt. Weil ich wollte nicht. Ich wollte das nicht sehen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Leute so aggressiv werden. Es ist super schwer zu sagen, ey, das, was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich nicht in Ordnung. Und nochmal, du hast Katzen, ich habe Hunde. Es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Wenn ihr nicht wollt, dass wir den... Es ist kein Unterschied. Ich war sehr inspirierend, mit dir zu reden. Wir wollen auch jetzt hier keinem sagen. Versucht es einfach. Schaut, hier sind zwei Typen. Schaut mal. Ist das nicht ein Mann, Mann, Alter? Die Zeiten, wo Lisa Simpson Vegetarierin war und die anderen nicht, sind vorbei. Jetzt haben wir Mongolen, Alter. Mongolen. Mann, Andreevich ist vegan. Und ich weiß nicht. Pollux ist vegan. Ja, eben. So, und wir sind sicher keine Pussis. Also, vielen Dank für deine Offenheit, Mann. Vielen Dank, dass du dich fürs Gute einsetzt. Vielen Dank, dass du dem Baran eine Chance gegeben hast, dass du jungen Leuten eine Chance gibst. Das mache ich weiterhin auch. Also, ich bin ja jetzt unabhängig jetzt hier von meinem Unternehmen und sowas. Wenn ich irgendwo was sehe, wo ich helfen kann, tue ich es. Also, ich helfe auch Jugendlichen auch so, ne? Ich will nicht unbedingt mit dir was zusammen wegen dem Mobbing machen. Das ist immer ein Durk. Kannst du es so gut erklären. Du machst ja selber Musik. Neuer Song kommt raus nach längerer Zeit. Ganz genau nach, seit 2017. Komm, lass mal hören. Ja, gerne. Kommt am 21. Sieg hier raus. Hören wir mal rein. So. Oh. Oh. Warum bekomme ich diese Flashbacks? Alte Gedanken sind schon längst weg. Kein Gefühl für die Zeit, Chat-Lag. Hashtag HDF, wenn ich Rap, Rap, Rap. Warum bekomme ich diese Flashbacks? Alte Gedanken sind schon längst weg. Kein Gefühl für die Zeit, Chat-Lag. Hashtag HDF, wenn ich Rap, Rap, Rap. Ey, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte, Mann. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank, dass du dich für Schwache einsetzt, dass du Leuten eine Chance gibst. Das ist ja auch was, Mann. Du hast Dinge geschafft, die für viele inspirierend sind. Und dafür müssen sie es aber sehen. Dafür müssen sie eine Chance bekommen. Danke dafür. Sehr gerne. Dich sehen wir bestimmt wieder. Ja. Das war's für heute. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, schaut euch Aufbruch an. Lasst einen Daumen hoch da. Schreibt einen netten Kommentar, wenn ihr mögt. Und abonniert den Kanal mit der Glocke. Das war's für heute. Maximilian Paulus. Raus! André, Million Sounds. Million Sounds.